Bist du bereit für einen Berufseinstieg? Dann starte deine Karriere bei einem von den innovativsten Unternehmen in der Medizintechnik. Wir arbeiten täglich daran, das Leben von Millionen Diabetikern möglichst unbeschwert zu machen. Ipsomed sucht für das talentierte und motivierte Schulabgänger wie die, die uns dabei unterstützen. Zum Beispiel als Anlagenführer. Das ist deine Welt, wenn du handwerklich begabt bist und über technisches Verständnis verfügst. Im Zentrum deines Berufs stehen Produktions- und Verpackungsanlagen. Als Anlagenführer wartest du und unterhaltest sie und baust sie um für neue Produktionsläufe. Rechnen, analysieren und optimieren gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben, damit unsere Anlagen möglichst reibungslos funktionieren. Mit einer Lehre bei Ipsomed profitierst du von zahlreichen Vorteilen. Während deiner gesamten Ausbildung unterstützen dich diplomierte Fachleute. Vom ersten Tag an bist du ein Teammitglied. Überdurchschnittlicher Lohn, unterschiedliche Leistungsboni, mehr als sechs Wochen Ferien, SGA und, und, und runden unser Angebot ab. Wir bieten dir eine attraktive und vielseitige Ausbildung in einem faszinierenden Umfeld. Start deine Karriere bei Ipsomed. Interessiert? Dann nimm jetzt deine Zukunft in die Hand. Wir freuen uns, dich schon bald kennenzulernen. Weitere Informationen findest du unter www.ipsomed.ch slash lehrberufen slash lehrberufen slash lehrberufen